Hallo und herzlich willkommen Leute zu Android Tournament und ja, ich bin ziemlich heiß auf Bombing Run im Bitfoss Battle Bifrost Bases. So, da ihr ja eh nix macht, du bist inaktiv, du bist Feindigung, du kriegst ja eh an, das ist alles egal. Bloodfist, die ziemlich starken Roboter. Okay. Direkt, ich drück direkt automatisch los. So, und da ist der Ball. Und jetzt kommen uns alle entgegen Leute. Oh shit. Aber hier ist schön verwinkelt, jetzt haben wir ne gute Chance. Oh man. Das ist richtig hart. Vor allem wenn sie einen Link-Gunz haben. Oh man. Oh man, wir haben's fast. 40, 40. Ja. So. Verwinkelt. Wo geht's lang? Links. Hier kann man sogar sehr gut seine Shock-Rifles auffüllen. Oh fuck. Flecken. Shit. Shit. Nein, ich häng' fest. Kacke. Kacke. Die werden teleportet. Teleportiert! Oh Gott. Oh Gott. Leute, ich sag's. Oh shit. So. Come on, baby. So. Und let's go. Und jetzt haben sie Shock-Rifles. Oh. Oh fuck. Das Gute ist, wir schleudern uns weg mit Shock-Rifles. Also weiter nach vorne. Zack. Jetzt die Sonnzeit auffüllen. Oh man. Das macht so fun in diesem Level noch. Aber danach wird's doch richtig nervig. Schon mal aufgefallen, dass keiner meiner Leute hier irgendwo in der Nähe ist? Woa. Woa. Oh, jetzt bin ich auch noch in der Basis drin. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. So. Das ist super hier. Das ist noch das letzte Mal, dass wir jetzt laufen müssen. Oh, ein Augenblick. Die ganze Scheiße hier. Aber was ist denn hier los wieder? So. Das war nicht gut. Oh fuck. Jetzt haben wir noch einen Linkgang und Shock-Rifles. Aber hey. Das war gut. Das war gut. Danke, Leute. Man könnte natürlich auch von oben gehen. Wenn man cheatet. Ich kenne natürlich alle Cheats hier. Hehehe. Aber das ist ja nicht, wie schon in Super Mario Land 3, Mario Land. Kein letzter Cheat, sondern ein Let's Play. Deshalb machen wir das hier voll durch. Vor allem das allerletzte Level. Gegen den Obermods. Das ist krank. Aber wir haben es geschafft, Leute. Bombing Run. Ja, ich bin makellos. Nach ihrem Erfolg bei der Bombing Run Leiter steht ihnen jetzt die Sword Leiter zurück. Ja, ich würde sofort machen, aber geht da ja nicht. Oh, das Level geht auch. Das ist super eigentlich. Ne? Genauigkeit. Hä? Haben wir nicht gerade noch gegen die gekämpft? Was geht ab? Oh Mann, wir sind so weit entfernt vom Wald. Das ist schon unfair, ist das. So. Hier kommen jetzt, glaube ich, alle von links und nur einer von rechts. Oder zwei. Ja, wie es dachte ich. Hier geht es ganz, ganz schnell. Noch, noch einfacher als vorher. Ja, unser Ankerd. Zack. Bumpf. Bumpf. Problem ist, wir kriegen keine Gewürzeiten mehr und die Ballern weiter von uns auf. So, wo sind wir? Du Arschloch. Und zack. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Geht mit am Arsch. Ja. Scheiße. Hier hat sich echt Pech gehabt mit der Seite. Und ich habe keine Waffe. Noch besser. Was ist denn das für Sound-Effekte? Ja, was sind wir hier? Das Problem ist, wenn wir nicht in Offensive sind, sind wir im Arsch. Bomben. Scheiße. Hier. Was sind wir hier? Gut. Gut, dass ich in der Nähe bin, war? Ey, Junge. Oh man, beweg dich doch einfach! Und weh du verhaust den Ball jetzt... NENTIN! NICHT IDIOT! Verdammt! DAT war Pech, ey, DAT war richtig Pech! Verdammte Scheiß! Da kommt der Kugelträger... BAS! Danke! Let's go! Keiner in der Nähe Jude, Jude ist dead Und Man kann ja sterben, wenn man durchlaut Wenn man einen Ball hat Und wir haben Ja, und mein Adrenalin ist natürlich niedrig Was ist denn das jetzt, ey? Ich hab mich doch extra aufgegriffen, gerade So Die Sicherheit auf die linke Seite Und hat mir wieder verkauft, das ist geil Ihr trefft mich nicht, ihr trefft mich nicht Na na Und Haben wir es jetzt Jawohl, das läuft doch wie geschmiert hier Das ist der, der meist macht So Was haben wir da? Oh, das Level Ja, das ist hart Das hat rein, fangen hier die Juggernauts Oh, Mann Aufgefallen, dass der ganz rechte der gleiche ist wie der linke? Oh, yeah Ich glaube, da ist alles Ich glaube, da ist alles Ich weiß denn, wie ich ihn ist Eigentlich würde ich jemandem Verteidiger auswählen Ich weiß eigentlich, wo der Ball ist So, let's go Leute Hier sind die Wege auch ziemlich kurz Nur ich glaube, man stirbt hier auch Oh, oh, oh Der hat mich gerade überrascht Oh, Mann Jetzt sterben wir Ja Ja Bereit Okay, das war nicht sehr schlau, was ich gemacht habe Das war nicht mehr Aber gut Oh, shit Oh, shit Oh, shit Nein, nein, nein Viel zu viel eingesteckt In den All-In-Tapels Fuck Ich habe das In einem Schuss Joah! Oh! So Finish! Ja Shit Ich werde mich schon rein Ich schieße mich gar nicht Weg Es gibt auch ein richtig Arsch-Level mit so Kram Da kriege ich weniger Punkte, weil Keine Ahnung Ich weiß nicht wo wir sind Ich weiß überhaupt nicht wo wir sind Scheiße Chill ist gut, aber Ich bin so weit weg Jawohl! Ich habe mir das Gefühl wir kriegen voll wenige Punkte Kann das sein? Ich bin schon dreimal reingesprungen und Und 13 Punkten Ich bin mal einfach mal rein Ja Gut Ich freue mich Oh Jetzt kommt das Darauf habe ich ja gar keinen Bock Gar keinen Bock Nee Aber let's go gegen gegen einen längeren Weg Weil der ist verwinkelt Da seht ihr das Ich könnte von hier aus auch schießen, aber Was soll's Nein! Nein! Ich hab's doch fast! Oh! Heilige Mutter Gottes Und erwischt Das ist unsere Sache Drei Ist okay Ist okay Lass mich einfach laufen Oh oh Nein! Oh! Scheiße! Das war ein bisschen zufrieden Ich weiß gar nicht wo der Weg ist Ich glaube einfach Wir haben's Und wir haben's Und sie ist plan Wow! Hier habt ihr doch nicht mehr alle Jetzt habe ich keine Waffe in diesem Arsch Gut Ey, danke! Wirklich sehr schlau Wow! Shit! Ey, danke! Oh 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 Mann! Lass mich durch! Fuck, 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 fuck! Jetzt kommen's auch noch alle, ey! Ja! Super, Leute! Danke, dass die direkt an mich abgegeben haben Die können ja doch etwas! Äh, äh Gut, wir sind richtig nahe dran am Ausgang Ich glaub nicht, dass das jetzt zu malen Blisper ein bisschen Hä Oh, okay Wow! Das war ein guter Schuss Komm, das war's jetzt aber auch, ne? Das war's Jaaaa! Das ist geil! Nein, keine Kämpfer von mir Nein, keine Kämpfer von mir Da bezahle ich auch gern was dafür Oh! Jetzt kommt diese Scheiße, die ich richtig hasse Wobei, nicht jetzt, Leute Sondern im nächsten Part Bis dann! Und ciao!